So, dritte Folge ist es jetzt wirklich, ja, Stick ist vom Mittagessen wieder da, wir haben einen neuen Hänger, das ist jetzt schon der vierte Hänger, und wir haben Stick auch verloren, weil Stick da so schlau war und der musste da irgendwo wegfahren. Ja, ich bin halt nur wegfahren und, ne? Tja, ich lass den Puma hier nicht zurück, ja? Ich komme wieder, egal wie. Ja, du musst nur außen rumfahren, aber ist okay. Da gibt es einen ganz normalen Weg. Ja, ja, genau. Die ganz schöne war schon zu, beweist, dass wir schon lange gefahren sind, ne? Ja, die Türen nie aufgemacht. Ja, ja, so, ja. Woher geht es ja den Weg, äh? Ja, weil wir da, wenn wir uns hier schon mal an die Gucke haben, ob Map Review, das ist neuer Spielstand. Ja, jetzt hier mit voller Schnäffte. Wow. Scheiß Lex, ey. Wollen wir dann auch noch voller Schnäffte? Keine Ahnung, gerade geht's. Was müssen wir jetzt machen, Noah? Du kriegst also, äh, hä, lol, ich kann doch das durchsägen. Geh hier durch. Hör mal auf, Noah, bitte. Woah. Ich komme jetzt einfach mal drauf. Du kommst das durchsä에ee. Queens. Das ist schon später. Was ich mache. inhibitor. Vorauss 160. Das ist das, wie ich spielteBInik. Wir hatten jetzt nicht mehr. Bedehizione nicht nur beliefissend, aber doch was ist das wäre impose. stock auf Prozent große Nachfrage Hackschnitzel ja da war es alles weg geht hier vorhin auch unbedingt Hackschnitzel verkaufen wir müssen und zwar nicht hat schnell verkaufen wie gesagt wir verkaufen das alles zum Schluss aber naja letzte Folge 2000 17 Folge 2018 18 wenn dann schon ja 18 2018 Oktober 39. Oktober nachher was willst du denn machen lass doch die Bäume die können wir doch alle häxeln das kannst du auch häxeln und auch hier ist die Colli hat keine Lust sowieso nicht lang ist und hier ist noch ein Bauchstuhl hat keine Lust mehr ich glaube ich war den kleinen GZB-Wacher gehören lieber sonst geht das noch in die Hose Liedert noch hier die Hose nee 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 bitte nicht so laut ja was denn ich hab ich hab nur gebrochene Arme ich kann nicht mehr so schwer heben ey was was für ein Ding was nicht so laut hä was ja da war da gerade irgendwas zu laut als zu laut ja 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 ich weiß nicht was ich hatte mir nicht die Haltbild na alles Bild gemacht du schickst mir ein Bild und da steht dann oben du bist so laut ja genau das wäre kann nämlich dieser scheiß baum verarschen nein übersichten nein warum den können wir doch mit den harvester warum machst du das denn wie willst du jetzt im ernst wie willst du jetzt wie willst du denn jetzt hier sechs meter von dem baum wie wird es jetzt sechs meter abmessen soll ich sie zeigen sechs schritte 1234 es sind doch alle bäume hier warum musst du denn noch mehr machen können wir nicht erst mal eins machen muss doch nicht weg machen da unten sind wir doch gar nicht genau das ist mein gebiet hier und davon ein rasen ich habe schon gedacht du bist jetzt daher kommt was sie machen das ist so ruhig hier hier erzähl doch mal was aber das hat mir heute gegessen nix oder so was hast du gegessen ok hat nun mal so ein reis mit so einem schönen soße als kein spagetti mit tagfest oder so was sondern was soll ich sagen aber keine ahnung ich kann nichts beschreiben und so schlecht dazu beschreiben will ich in kevin und schreiben ist ein kevin ok ach beschreiben du hast beschreiben gesagt ne ja ja beschreiben verstanden hätte auch da auch jetzt steige ich in die drecksitze ein das ist ja was ich ja wenn ich bin aber hier ja ja so einer mit wenn wir nachkommen ich will die falsche stadt ein und ab wenn ich wissen wie der hänger schon ausgebildet das muss ein grauen sein ich muss es nicht transportieren von daher aber nicht einfach wieder weg machen wenn der hänger zu beschissen aussieht Prozent und Prozent er ist in der Städte ich bin kommt ich verstehe es nicht was auch nur ich stück du dir jetzt die stücken die du nehmen kannst die kleinen dinger schmeißt die einfach hier auf den haufen jetzt ist mal verlebt mit mit dem drunter bis jetzt mal fertig musst du nicht gleich ins mikro rülpsen junge hört man den staubsauger ok gut nur noch ein bisschen ich habe ganz ganz leise gehört haben die heutigen hier hinten liegen heute stehen m wirst du schon akob und ich noch drauf ab nix nicht Wie lang sollen die Dinger sein? 6 Meter, oder? Heavy. Also brauchst du ein neues Holz oder was? Ich bin hier gerade am sägen, ja. Und wo hast du das jetzt? Von hier weiter, oder? Von da und. Ja, genau. Ach du Scheiße. Stick. Alter. Jo, ganz, ja, komm, wo ist der Heger? Dafür ist eigentlich der Kran da, um sowas wieder gerade zu richten. Nö, das war alles nur. Bin schon dabei. Oh, Gott. Was macht ihr damit? Das leckt gerade darum. Na klar, das ist das Spiel. Wird auch Absturz mal weiter so machen. Was machst du da? Naja, rausmachen? Ja, ist doch schon da draußen. Ja, guck's dir doch mal an, links und rechts. Das ist alles kreuzig quer. Warte. Warte. Mein Baby in Ruhe. Ich hab ne Idee, warte, fahr ich schon vor. Ja, okay, das, das wollte ich, äh, Stick. Meins, alles festgemacht wieder. Äh, jetzt hast du es kaputt gemacht. Jetzt lass mich hier mal wieder rein. Nee, Alter. Warum? Wir müssen häxeln, dass jetzt einfach gut ist. Wir häxeln das einfach. Hey. Wir häxeln das jetzt ist gut. Gut, dann häxeln es halt. Dann sehe ich hier alles voll. Aber halt meine Arbeit umsonst auch recht. Ja, willst du mich verarschen? Wir brauchen kein neues Holz. Wir haben noch genug. Lass doch so wie es ist. Soll ich es rausheben? Versuch mal. Ich fahre immer noch ein bisschen hin und verschubsen. Müsst auch gehen. Warte mal, ich bleib stehen. Stick, wir brauchen kein neues Holz. Wir haben genug. Lass einfach so gehen. Ach nee, was, deshalb schalte ich den ja jetzt hier aus, ne? Oh. Oh. Was sagt ihr da? To, wenn wir das für sein, dass wir aufräumen, ey, ich, ne? Jetzt müssen wir eh kleinen Hexeln. Können wir eh nicht in die Hand nehmen. Also kleinen Segen, sag mal so. Was machst du da? Das rollt raus. Irgendwie nicht. Doch, hat auch geklappt. Ja, und was mit dem hier? Die liegen jetzt hier perfekt drin. Ach, das ist jetzt gut. Ey, ich glaub, dass sie festmachen sollen, um dahinter zu fahren. Warum denn? Der fällt doch sowieso nicht raus. Das siehst du doch. Natürlich. So und so. Noch ein Stück vor, noch ein Stück. Wir häxeln jetzt ab sofort alles. Ist mir egal. Bei jedem bestimmten Raum. Kauf mal noch mehr Hexler. Nein, hier ist ein Hexler. Ja, da hinten komm ich aber nicht hin. Was denn? Wo willst du denn hin kommen? Wo musst du denn hin kommen? Ja, hier an der Seite. Dann machen wir es so. Stell mal hier einen Hexler hin. Komm mal her, nur mit dem Dings. Und die Anhänger. Ja. Halt wieder aus. Sieht ihr, ey. Was habt ihr denn mit dem angestellt? Wie soll der Holz häxeln und kein Dreck? Du fähigst die Baustür, bist mir doch egal. Ja. Kriegst du die raus? Ja, warte. Da sind zwei noch fest. Zwei noch fest. Warum? Hä? Ich hab auch keine festgemacht. Ich hab grad locker. Ich hab keine festgemacht. All das dick. Ja. Ja. Du hast schon wieder zwei festgemacht. Ich hab kein festgemacht. Ja, ich hab kein festgemacht. Ich hab kein festgemacht. Man kann im LKW nicht zwei festmachen. Man kann nur alle festmachen oder alle lösen. All klar. So. So. Ah, da, da, da. Da, da, da. da nach. Tu sie mir einfach hier vorne hin, dass ich sie säen kann oder so. Ups, in der Nägelpose. Da ich in der Maustür verk 니 infmer Bethinde rein. So, undplein. Schon schwer. Das ist nicht mehr so schwer, ok îl. Ich hab mir hier liegen gelassen, ey. um die Liederung der andere Seite okay ja gut verstehe ich äh nein ich sammle die gleich zusammen komm mal kann ich so eine Hand nehmen als klar die Kinderinnen aber es ist keine Animationen sie sollen und dann schreiten sie sie sollen und zur Seite so eine Handeln so richtig sie sollen und sie sollen sie sollen und sie sollen sie sollen sie sollen sie sollen sie sollen Untertitelung des ZDF, 2020